Hallo Leute, willkommen auf meinem neuen Kanal, Ferulin Vita, ja, ähm, wir spielen heute PS Vita, wenn man das schon gemerkt hat, ähm, ja, wir machen mal, es ist friedlich, wir können das hier ändern, so, ähm, wie können wir den Welt nennen? Hallo, hallo, LP, LP, ähm, ne, ne, ihr wollt ja schaffen, so. So, Auto-Zoom ist an, bam, oh nee, in der Dschungel, Mist, ja, bam, bam, ich glaube, wir suchen eine normale Landschaft, oh, wir haben schon das erste Schaden gekriegt, ich habe die Minecraft-Musik ausgemacht, ähm, weil die stört nicht, ähm, gibt es hier kein normales Film oder irgendwie ein normales Holz, weil ich mag kein, äh, äh, Dingsbums Holz. Dieses, Dschungelhäus, genau, ähm, ja, ich bin ein bisschen erkältet, sorry, falls ich Cut oder so, dann, wusste ich, bang. Bam, 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 bam auch ein unboxing zu der vita man weiß man nie also ja nee das ist dschungelholz ja ich habe keinen texte pack drin würde ich auch nie drin haben weil es kostet geld ich kaufe jetzt extra keine 20 euro karte für keine ahnung für zwei euro oder so also zwei euro texte pack und dafür 20 euro ausgeben ich weiß damit kann auch andere spiele kaufen ich glaube ich kaufe jetzt mal später habe ich glaube ich bin ja bei der stoppe was ist da genau so kommt hier die beschissene laba hallo hallo okay wo man wie gehen vom wasser weg kann zucker kann zu zucker verarbeitet werden ja ich nehme heute ohne mikrofon auf weil ich das vergessen haben wir wollen es mal sachen wir müssen irgendwas an der störung verändern und zwar hilfe und options war das in der fläche klassisches kräftigen muss aus geht doch besser der new beim kräftigen table das also als ob das nicht gesund hat und ich habe ich glaube autofokus macht das halt fokussiert das so wir gehen mal jetzt nach oben können wir auf dem baum klettern wie ein affe da kann man doch irgendwie dass man genau das spiel hat mich gecheckt ihr könnt ihr fragen über mein kopf stellen falls ihr manche nicht wisst ich bin ein riesen micro fan ich habe sogar meine kraft auf und handy gekauft aber nach welchen einzelnen account bei fernling fernling phone oder fernling handy oder sowas oder fernling lockt wie lockt sorry und direkt da war voll der glitch 4 eisen nice ja wir können bisschen kakaobohnen bahn 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 kakao schade dass man kein kakao getrinkt machen können vielleicht sagt dass mein kopf bisschen weil das ist ja mit psn angemeldet und so und das hat was mit dem internet zu tun aber mein kopf ist richtig flüssig bei fünf abonnenten special konnten special ja ja habe ich gegrüßt dass sie habe ich so wir brauchen stecken und das noch ein gold wert stein schwert star die axt die axt kommt dahin so und ich hoffe noch beim mann an 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 nehm an warte wenn man ein blog abort mit rechtsklick hier nicht spaß das war nur so ein spaß oh yes yes man oh mein gott kürbisse da sind die selten die seltensten die seltensten blöcke sagt mich alter was ist das denn das ist voll die kürbis gang mämämämämäm so alter hier sind voll viele kürbisse ähm hab keine lust mehr erlaubst du ein alter in jeder ecke ist ja ja da ist die schmiede ich muss schmieden gerne als haus warte wie lange nehme ich auf neun minuten hallo villages die dienst damit aber leute ich sag ich sag mal dass immer der folge let's play mancraft wieder lasst ein like da dass ich weiß dass ihr mehr wollt ähm abonniert nicht dass ihr auf dem neuesten stand bleibt und nix vergift anzugucken ähm schreibt kommentare was schon noch verbessern kann ähm schreibt fax oder sowas tschau löde